... Hallo, mein Name ist Barbara Chinubakara. und ich bin Handleserin und Tarotkartenlegerin. Die Hanne können auch Sie mich für Ihre Veranstaltung rufen. Vielen lieben Dank. Tschüss. Ich will das nicht. Diese kleine chinesische Pass hier in diesen roten Flugen, das Zeug verkauft wird. Chinaseiter, also Tigerbein. Und gleich wieder los. Habt genutzt. Und gleich wieder los. 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 Wir spielen für euch Melodien zum Singen und Klatschen, zum Trinken und Tanzen. Und wenn unser Kollege gleich mit Stimmung fertig ist, spielen wir euch ein Lied. Über einen Spielmann, der ja hinten rumredet und festert. Das Lied ist genannt, der feilte Spielmann. Untertitelung des ZDF, 2020